Moin Moin, herzlich willkommen hier zum Bildbesprechungs-Samstag. Mein Name ist Frank Fischer und ich stehe hier vor unserer Nachtfoto-Location in Mannheim. Du kennst sie wahrscheinlich, der Wasserturm. Gleich nach dem Intro erzähle ich dir noch zwei, drei Worte mehr zu den Kursen, die wir hier in Mannheim machen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer und ich stehe hier vor der Nachtfoto-Location in Mannheim. Heute habe ich dir in Hans-Altenkirch nicht dabei, heute ist das Wetter auch nicht ganz so schön. Aber es ist die Nachtfoto-Location hier in Mannheim. Am Wochenende abends mit dem Lichterspiel, mit dem Wasserfontänen. Das ist einfach einmalig und richtig geil zum Fotografieren üben. Und gleichzeitig nimmst du auch noch richtig coole Fotos mit nach Hause. Die schöne Nachricht hier in Mannheim ist, unser Seminarraum, der ist da drüben. Für diejenigen, denen das was sagt, S6, S7. Also quasi direkt um die Ecke. Das heißt, erst Theorie-Teil dort, dann Praxis-Teil hier. Zu Fuß, keine fünf Minuten. Das lohnt sich auf alle Fälle, da bei uns auf der Webseite mal vorbeizuschauen. Grundlagenkurse, Bildgestaltungsseminare, Nachtfotokurse und bei Wunsch auch, wie immer mal wieder, Panorama-Workshops hier in Mannheim mit dem Hans-Altenkirch. Schau auf ff-fotoschule.de vorbei. Dort auf Städte und dann auf Mannheim. Und dann findest du das gesamte Angebot. Jetzt schalten wir rüber auf meinen Laptop. Und dann schauen wir uns mal an, was ihr für diese Woche eingesandt habt. Und los geht es mit der ersten Aufnahme für heute von dem Lars Stender. Der Lars, der hat im Elbsandsteingebirge fotografiert. Und Lars, ich sehe es hier schon in der Thumbnail-Ansicht. Dein Foto reiht sich ein in eine Reihe von richtig geilen weiteren Fotos. Also ich freue mich mega auf diese Bildbesprechung. Dein Foto ist wirklich ein sehr schönes Landschaftsfoto. Bisschen arg mittig in diesem Panorama-Foto-Format befindet sich hier die Gesteinsformation. Aber das Licht ist auf ihr natürlich ganz besonders schön. Und dein Standpunkt ist auch ein guter. Dass der Fels dort vor den Horizont ragt, finde ich wirklich sehr gelungen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass du bei einer Belichtungskorrektur von minus anderthalb Blenden immer noch einen so hellen Himmel hast. Der ist aber nicht zu hell, der ist schön pastellig. Ich finde es in diesem Fall auch gut, dass du ihn nicht zu sehr rausgekitzelt hast. Man hätte da sicherlich über den Lichterregler noch was zurückholen können an Informationen. Aber ich finde, das passt hier wirklich ganz gut zum Motiv. Wie gesagt, ein bisschen mittig. Worauf hätte ich verzichtet? Und auf die rechte Seite oder die linke, weder noch. Ich hätte lediglich auf der rechten Seite noch eine Hochkantaufnahme hinzugefügt, oder sogar zwei. Dass dort diese bewalteten Hügel so ein kleines bisschen nach rechts auslaufen. Denn links schneiden geht vielleicht ganz minimal, aber nicht besonders doll. Weil dieser Felsenkamm im Mittelgrund, sage ich mal, und dieser helle Fels hier im Vordergrund natürlich eine schöne Linienführung zum Hauptmotiv bringen. Und da hätte ich an einer Stelle auch nicht drauf verzichten wollen. Insgesamt finde ich es ein ganz gutes Landschaftsfoto. Von Manfred Schwarz haben wir hier den Kirchufell auf Island mit dem Kirchufell-Voss im Vordergrund. Ja, sehr schöne Location. Ich selber bin da nie gewesen. Liegt außerhalb unserer Island-Route. Trotzdem natürlich ein sehr bekanntes Motiv. Erstaunlich, dass niemand sonst bei dir im Bild steht. Beziehungsweise wahrscheinlich hast du den einen oder anderen wegretuschiert. Sehr schöne Lichtstimmung auch auf diesem Foto. Mir gefällt wahnsinnig gut zum einen links der von der Gischt erzeugte Regenbogen. Und dann vor allem die Wolkenformation über diesem Kegelberg dort. Und das finde ich wirklich eine tolle Situation, die du da eingefangen hast. Ansonsten ist es so, die klassische Panorama-Ansicht von vor Ort. Also auch mit einer ganz klassischen Aufteilung. So ein bisschen links zum Bildrand fließt der Fluss hier rein. Und rechts auf dem Drittel steht der Kegelberg. Das ist soweit alles bildgestalterisch sicherlich in Ordnung. Und von den Farben und der Belichtung ist es auch wirklich richtig gut. Und keine Exif-Daten dabei, aber ganz offensichtlich eine relativ einfache Lichtsituation, weil du Sonnenlicht auf den Wiesen und auf dem Wasser hast und gleichzeitig blauen Himmel. Das heißt, der Dynamikumfang ist durchaus gerade noch so beherrschbar mit modernen Kameras. Solange du nicht im kompletten Gegenlicht bist, was du nicht bist. Und insofern ist das belichtungstechnisch keine große Herausforderung gewesen. Trotzdem gut gelöst. Und ja, mir gefällt die Szenerie, mir gefällt die Landschaft. Und wer mich kennt, der weiß, mir gefällt Island. Möchtest du mit nach Island fahren, dann folge doch dem Link unter der Infokarte. Nächstes Jahr fahren wir an zwei Terminen nach Island. Und da ist vielleicht auch das Passende für dich da draußen mit dabei. Von Marion Wurzinger haben wir diese Einsendung hier. Die kann ich offengestanden nicht zuordnen. Ich lese zwar T-Salon und Co., aber wo das genau ist, weiß ich nicht. Ist für die Beurteilung des Bildes in diesem Fall auch relativ irrelevant. Was mir als erstes auffällt, ist, dass du natürlich durch den relativ tiefen Standpunkt und das leichte Schwenken nach unten eine sehr schöne Tiefe ins Bild gebracht hast. Du hast dafür natürlich auf den Kirchturm verzichten müssen, was offengestanden sehr schade ist. Ob es dem Bild helfen würde, wenn er ganz drauf wäre, kann ich so, weil ich die Szenerie nicht genau kenne, nicht ganz beurteilen. Wir hätten natürlich dadurch auch eine ganze Menge einfarbigen und relativ wenig spektakulären Himmel ins Bild bekommen. Aber so eine Kirchturmspitze anschneiden ist fast nie eine wirklich richtig gute Idee. Du stehst schön auf der Straße, ein bisschen außermittig. Du hast schön die Fassadenfronten genutzt, um ins Bild reinzuführen. Das ist eine schöne weihnachtliche Stimmung. Das Bild ist also nicht von gestern, sondern schon ein paar Tage älter. Ich kann es hier auch sehen von Ende November letzten Jahres. Das heißt, es hat entweder hier eine Zeit lang geschlummert oder aber du hast es erst eingesandt. Das kann ich hier anhand der Daten jetzt gerade nicht erkennen. Ich finde die Belichtungszeit ganz okay. Auch, dass die Menschen so eine leichte Bewegungsunschärfe haben, hilft dem Foto durchaus. Die Spiegelung auf dem Pflaster ist natürlich toll. Und insgesamt hast du auch die Lichtstimmung und die Lichtsituation ganz gut im Bild festgehalten. Neben dem angeschnittenen Kirchturm finde ich es nicht ganz so optimal, dass links oben die Laterne auch noch angeschnitten ist. Nichtsdestotrotz eine ganz schöne, ich sag mal, Novemberstimmung mit leichten weihnachtlichen Einschlag im Bild. Ganz okay gemacht, kein Spitzenfoto, aber ganz okay. Von Martin Blank kommt diese Einsendung hier und dieses Bild trägt den Titel Burschen am Tegernsee. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob es verschiedene sind oder ob du quasi durch Klonen einen dort immer wieder hingesetzt hast. Das ist in keinem Fall. Ich gucke nochmal quer rüber. Nein, das scheinen alles verschiedene Burschen zu sein. Ja, das ist natürlich erstmal eine sehr schöne Szenerie. Es würde vielleicht auch ganz gut zum Format passen. Dein Foto, meine Geschichte. Dein Foto, meine Geschichte. Da gibt es eine weitere Folge noch in diesem Jahr. Lass mich kurz nachgucken. Am 1.12. Wenn du Bock hast, da Fotos zu einzusenden, dann schick sie mir das super gern an. Bildbesprechung at ff-fotoschule.de Wie läuft das Format? Du schickst mir ein Bild und ich interpretiere in das Bild hinein, was ich in dem Bild sehe. Das heißt, es geht nicht darum, hast du ein tolles Bild gemacht und so weiter. Sondern ich erzähle dir die Geschichte, die ich in deinem Foto sehe. Und das kann auch sehr spannend für euch da draußen sein. So, ich sehe hier auch eine ganze Menge. Nämlich, dass sich manche unterhalten, manche so ein bisschen in sich gekehrt sind und andere versuchen, die, die sich unterhalten, zu belauschen. Fotografisch ist es insofern gut gemacht, dass du schön tief mit der Kamera warst. Guter Vordergrund, leichte Unschärfe auf dem Rasen. Bild kommt super gut von unten rein. Die Jungs sitzen vor dem See und ragen nicht mit ihren Köpfen in den dunklen Hintergrund. Sehr schön. Berg oben hat auch noch ein bisschen Luft im Bild. Schön eng im Frame, auch nicht so viel Platz verschwendet. Die weiß-blauen Hemden passen natürlich zum bayerischen weiß-blauen Himmel. Insgesamt gute Geschichte im Bild zu erkennen. Gutes Bild, tolle Situation. Wenn du die nicht da absichtlich hingesetzt hast, sondern sie da so saßen und du hast das Bild so mitgenommen im Vorbeigehen, sage ich jetzt mal unter uns. Noch besser. Toll auch, dass die alle ihr Bier da stehen haben. Richtig klasse Foto. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gut. Michael Reichelt hat diese Nahaufnahme eingesandt. Oder ich denke, hier könnte man sogar schon sagen Makroaufnahme. Ja, wir sehen ganz offensichtlich irgendwie hier Blumen, Pollen und einen Stempel. Ich finde, das ist insgesamt schöner dran. Auch sehr schöne Schärfe, schöne Unschärfe im Hintergrund. Gute Belichtung. Alles soweit technisch gut gemacht für eine Makroaufnahme. Bildaufbaumäßig auch ganz okay. Ich persönlich hätte mich entweder auf die Pollen konzentriert oder auf diesen Stempel und nicht versucht, beides auf derselben Schärfenebene in dasselbe Bild zu bekommen, weil die beiden konkurrieren so ein bisschen und versuchen gegenseitig sich die Aufmerksamkeit zu entziehen. Das lässt mich so ein bisschen hin und her gucken, was in vielen Bildern ganz gut ist, was ich hier nicht so optimal finde. Und ich denke, du hättest das Grün im Hintergrund noch so ein kleines bisschen mit einem etwas wärmeren Farbton versehen können. Das würde dem Bild insgesamt helfen, wenn es so ein bisschen wärmer wäre, sage ich jetzt mal. Trotzdem gute Makroaufnahme, schönes Motiv auch. Wie gesagt, ich hätte mich auf eines der beiden Motive konzentriert. Michael Winkler hat dieses Bild hier eingesandt. So, wir sehen ein, ja, ich möchte es nicht Schiffswrack nennen, weil es offengestanden natürlich höchstwahrscheinlich, dadurch, dass es oben abgedeckt ist, noch irgendjemand irgendwas damit vorhat. Aber es liegt natürlich auf Land und sieht auch so ein bisschen abgehalftert aus. Zum Foto, die Spiegelung ist sehr schön. Es ist auch ganz okay, wie es so im Frame ist. Es ist auch ganz okay, dass es schön symmetrisch oben und unten jeweils nicht am Bildrand anstößt. Das ist alles gut. Ich finde, du hättest dich auf der rechten oder auf der linken Bildseite für das eine oder andere entscheiden sollen. Also links das Gestrüpp ist nicht unbedingt meins, passt aber ganz gut zu dem Schiff, was an Land liegt. Rechts das moderne Gebäude ist nicht unbedingt meins, passt aber gar nicht zu dem Schiff, was dort an Land liegt, außer das ist so eine Luxus-Schiff-Sanierungsfirma. Und wenn dem der Fall ist, dann würde ich eben davon gerne mehr sehen, weil dann könnte ich mir dazu meine Gedanken machen. Sonst würde ich das da massiver wegschneiden, insbesondere die beiden Autos, die da auch noch stehen, und mehr Gestrüpp ins Bild nehmen. Aber ich kann nicht beurteilen, wie es vor Ort gewesen ist. Lichtstimmung ist okay, Belichtung ist okay, Idee ist auch ganz gut. Nur eben so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch umgesetzt. Da hätte man sicherlich noch ein kleines bisschen am Bildaufbau arbeiten können. Patricia Schuppi hat hier ein Bild eingesandt, das ganz offensichtlich in eine Studioumgebung entstanden ist. Ja Patricia, also erstmal Respekt für die Mühe, die du dir in der Ausrichtung gegeben hast. Das ist sicher nicht so ganz trivial gewesen, die Gläser so exakt auszurichten, dass insbesondere die Reflexion im Glas über die Flaschenkanten im Hintergrund ganz gut verläuft. Also das ist ja nicht überall hundertprozentig gelungen, aber fast. Und immer von der gegenüberliegenden Flasche spiegelt sich ja quasi die Farbe im Glas. Das können jeder, der das Bild anguckt und ein bisschen länger betrachtet, entdecken. Und das hast du doch relativ gut ausgerichtet. Da wäre vielleicht noch ein ganz klein bisschen was gegangen, insbesondere an dem linken Glas dort. Aber insgesamt ist das bestimmt eine heftige Sisyphus-Arbeit und dafür erstmal meinen allergrößten Respekt. Lichtmäßig auch sehr schön. Schön, dass du hier so eine Glasplatte verwendet hast, die so ein ganz kleines bisschen höchstwahrscheinlich dunkel eingefärbt ist, vermute ich. Oder aber eben gar kein Licht bekommen hat und dann die Flasche auf die Kante gestellt hast. Das ist auf alle Fälle sehr gut gemacht. Die Spiegelung ist ideal. Ist auch toll, dass die Spiegelung so ein bisschen, wie soll ich das nennen, so ein bisschen angeschnitten ist. Was mir, wenn ich in die Spiegelung reingucke, auffällt, ist, dass ich so ein paar Reflektionen in den Gläsern sehe, die ich, wenn ich auf das Glas selber gucke, dort nicht entdecken kann. Ich weiß nicht genau, wo die herkommen, aber vielleicht hättest du, wenn du oben was nachgearbeitet hast, das da auch machen sollen. Wenn du oben nichts nachgearbeitet hast, dann sind das vielleicht auch irgendwelche Störungen, die aus dem Licht resultieren oder aus der Platte, wo drauf das Ganze steht. Das kann ich nicht ganz genau beurteilen. Dazu kenne ich deinen Aufbau zu wenig. Licht von hinten schön, sehr schön hell, gut auch im Bild aufgebaut. Die Sachen ideal symmetrisch ausgerichtet, tolle Farben, tolles Bild. Richtig schönes Produktfoto in Studiumgebung. Wenn du ein bisschen mehr dazu schreiben magst, super gerne hier unter diesem Video in die Kommentare. Dann haben wir hier ein weiteres Produktfoto und das ist von dem Richard Roch, glaube ich. Und das Bild trägt den Namen HDR1. Warum das ein HDR ist, weiß ich nicht ganz genau. Da könntest du vielleicht, Richard, auch hier als Kommentar mal kurz ergänzen, wie die Beleuchtungssituation war. Das Einzige und allein, was ich nicht genau erkennen kann, ist, was sehe ich dort eigentlich? Das, was ich links sehe, wirkt für mich eher irgendwas, was aus dem Schusterbedarf stammt. Während das Fleisch und das Gewicht eher zum Richtung Lebensmittel deuten. Das ergibt für mich keinen echten Zusammenhang, aber da kann ich mich auch bei dem Teil, was ich links sehe, irren. Insgesamt sehr schönes Licht, schön dunkel im Hintergrund. Und das Licht fällt hier von schräg vorne drauf. Wir haben auch eine leichte Reflexion auf der dunklen Platte. Auch bei dir sehe ich so ein bisschen was Störendes in der Reflexion. Und zwar zwischen dem Stück Fleisch und diesem Metall oder Holz, Holz nehme ich an, Teil. Da ist so ein kleiner Fleck. Das mag sein, dass das gar keine Reflexion ist oder dass das zu irgendwas gehört. Ändert nichts daran, das stört da massiv, da unten, dieser helle Störfleck. Ansonsten, wie gesagt, ganz schönes Licht, gute Belichtungssituation durch den schwarzen Hintergrund. Auch ein klasse Produktfoto, wo ich mir eben nur den Sinn der gesamten Geschichte dazu eine Frage stelle, weil ich es nicht genau in Verbindung bringen kann. Von Sam Germer haben wir ein Foto bekommen, das zeigt, ja, das zeigt das ganz offensichtlich, eine Küstenlandschaft mit einer Möwe. Nun bin ich dort ein norddeutscher Jung. Das heißt, diese Tiere kann ich im Prinzip jeden Tag zu hunderten fotografieren, wenn ich möchte. Mir fehlt hier in der Region Hamburg so ein bisschen der Hintergrund, den du hier hast im Bild. Aber trotzdem, das Tier ist natürlich für mich nichts Besonderes. Nun ist das hauptsächlich ein Möwenfoto und das macht das Ganze dann ein kleines bisschen schwierig, weil die Möwe eben nichts Tolles ist, wenn das jetzt Papageientäucher oder noch viel exoterisches Federvieh wäre. Dann wird das dem Bild ohne jeden Zweifel helfen. Gleichzeitig steht die Möwe zwar an einer ganz guten Stelle, aber nicht gut im Bild arrangiert. Der hintere Hügel, der dort durch ihren Hals verläuft, ist nicht so richtig ideal. Mal ein bisschen tiefer gehen, sodass dieser vordere Fels vor dem hinteren Hügel ragt und die Möwe mir vor dem Himmel steht. Hätte geholfen oder eben ein bisschen höher gehen, dass die Möwe mir vor dem hinteren Hang steht. Aber das wäre nicht ganz so optimal, wie wenn die Möwe vor dem Himmel gekommen wäre. Nach hinten hin haben wir auch ziemlich viel Dunst und insgesamt wirken die Farben so ein bisschen grau, matschig, nicht ganz so brillant. Ja, das ist so ein bisschen ein schlecht wetter Möwenfoto, aber mehr in diesem Fall für mich tatsächlich auch nicht. Von Uli Hoffmann haben wir diese Einsendung hier. Jetzt muss ich gleich erstmal zweimal hingucken, aber ja, wir sehen eine Katze. Ihr wisst es, Katzen ziehen bei YouTube-Videos, wenn sie im Foto sozusagen das Titelbild schmücken. Mal gucken, ob das hier auch so kommt. Habe ich mich jetzt noch nicht entschieden. Mache ich immer nach der Aufzeichnung der Tonspur. So, also Katze. Katze, schwarz-weiß. Katze erstmal eine sehr photogene Katze mit sehr vielen Haaren, einem Bart und allem drum und dran. Also eine unheimlich haarige Katze im wahrsten Sinne des Wortes. Insgesamt auch eine schöne schwarz-weiß-Umwandlung, gute Lichtsituationen und gute Kontraste. Nur dafür, dass es so eine schöne Katze ist, ist es ein bisschen schade, dass du Uli so von oben auf die Katze runter fotografiert hast. Weil dadurch, ja, wirkt das Tier nicht so erhaben, wie es jetzt wahrscheinlich aussieht, sondern es wirkt halt so ein bisschen demütigend von oben herabgeguckt. Im Hintergrund sehe ich auch einiges an Gewusel und Gezeugsel, von dem ich mich frage, was es ist. Das lenkt auch sehr stark ab, weil es eben so viel davon gibt und so viele komische Strukturen im Hintergrund sind. Und natürlich möchte niemand, der ein Katzenfoto macht, dass man sich mit dem beschäftigt, was im Hintergrund ist. Kann ich auch verstehen. Es ist auch relativ unscharf und schön offenblendig fotografiert. Erinnert aber nichts daran, dass ich trotzdem viele dieser hellen Dinge sehe. Da hätte man sicherlich einen besseren Hintergrund finden können. Vielleicht magst du hier mal dazu schreiben, warum dieses Foto so entstanden ist, wie es aussieht. Warum die Katze so von oben runter fotografiert wurde. Warum du nicht auf Augenhöhe gegangen bist. So wie ich es immer bei Lebewesen empfehlen würde, wenn man das Ganze neutral darstellen möchte. Und ja, wieso, weshalb, warum. Vielen Dank, dass du noch eingeschaltet hast. Hat dir das Video gefallen, gib einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und teile das Video mit deinen Freunden. Und vor allem buche einen Kurs bei uns, der natürlich ermöglicht die Fotoschule es, dass hier diese Videos gratis zweimal die Woche veröffentlicht werden. Insofern super gerne bei uns auf der Webseite vorbeischauen, Kurs buchen und damit hier auch die Videos finanzieren. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit, schönes Restwochenende und immer schön dran denken. Wir zwei, wir sehen uns wieder.